Wenn Ihr Sohn so ein großer Fan ist, lassen Sie dann neue Spielzüge erstmal von Ihrem Sohn an der Playsee testen, bevor Sie die dann im Training üben? Definitiv. Also das ist für mich immer ganz entscheidend, dass er im Vorfeld auch die Spiele dann so erstmal durchspielt und dass wir die dann genau so nachspielen mit den ganzen Spieleöffnungen und auch Defensivstrategien. Also er bereitet die dann immer vor auf der Playsee. Und auch die Aufstellung natürlich. Also die, die am meisten Punkte haben, gibt es ja verschiedene Werte, glaube ich, soweit ich weiß, Defensivpunkte und so weiter, das bereitet er dann vor.